Hier ist die Anfahrt vorm Flughafen. Wir sind jetzt Terminal 3. Unser Auto von Eurocar haben wir im zweiten Untergeschoss abgegeben. Jetzt warten wir noch. Hier ist der Flughafen von innen an Starbucks. Es gibt Burger King. Da werden wir dann noch lecker einen Burger essen. Matthias, was machen wir bei Burger King? Essen wir dann noch lecker einen Burger, oder? Wenn wir ihn finden sollten, ja. Aber im Moment stehen wir immer noch am Starbucks. Und warten, dass der Check-In-Schalter aufmacht. Die Uhr tickt.